Das IFO-Institut gibt überraschenderweise schlechte Geschäftsklimazahlen für Deutschland heraus. Die deutschen Industrien sind pessimistischer, die Auftragslage wird schlechter. Was heißt überraschend? Ich glaube, dass in Deutschland Zahlen nicht so gut laufen auf der geschäftlichen Seite. Das ist jetzt für die wenigsten Leute überraschend, wenn wir uns mal anschauen, wie sich generell die deutsche Wirtschaft und auch die Entscheidungen, die seitens der Politik getroffen wurden, in den letzten Monaten so entwickelt hat. Dennoch, das ist ein Thema, was wir uns mal anschauen. Die Welt, die geht gerade in eine Richtung, wo der eine sagt, juhu, hier läuft es richtig gut. Der nächste sagt, hier läuft es richtig schlecht. Zinssenkung, Zinserhöhung, Inflation rauf, Inflation runter. Und mittendrin sind natürlich die Edelmetalle und Rohstoffe, womit wir uns hier bei Axino Capital in erster Linie auch beschäftigen. Mein Name ist Jan Wille von axinocapital.de. Wir investieren seit 35 Jahren in Edelmetall- und Rohstoffaktien. Und wenn euch das hier gefällt, was wir machen, dann lasst uns doch gerne mit einem Daumen nach oben oder einem kurzen Kommentar etwas da. Das ist völlig kostenlos und hilft uns, diese Videos hier im YouTube-Algorithmus weiter zu verbreiten. Plus auch, wir freuen uns natürlich, wenn wir von euch Feedback bekommen. In den letzten Wochen gab es viel, auch zum Thema Rohstoffe. Da gehe ich gleich drauf ein. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Also zunächst mal der IFO-Geschäftsklima-Index, der ist gefallen. Ja, wir sehen hier im verarbeitenden Gewerbe ist das Geschäftsklima deutlich gesunken. Im Dienstleistungssektor ist der Index nach Erholung in den letzten Monaten wieder gesunken. Auch im Handel hat sich das Geschäftsklima verschlechtert. Und im Bauhauptgewerbe hat der Index auch wieder nachgegeben. Und wir sehen hier mal das IFO-Geschäftsklima, den IFO-Geschäftsklima-Index indiziert auf 100. Und wir sehen natürlich zu Beginn von der Corona-Zeit ging die generelle Stimmung stark nach unten. Jetzt hier in 2024 sind wir noch nicht, natürlich noch nicht auf dem schlechten Niveau wieder von der Corona-Zeit. Aber was ganz klar ist, dass wir hier diesen Aufschwung nach oben gar nicht mehr mitmachen. Ja, also die Hochs sozusagen werden tiefer. Ihr seht es nach der Euphorie sozusagen wieder mal hier, als dann gemerkt wurde, okay, so schlimm scheint Corona gar nicht für die Wirtschaft zu sein, wurden die Hochs danach immer niedriger, immer niedriger. Und inzwischen bildet sich das Hoch hier schon eher auf der 90er-Linie. Also mal rein von der generellen Betrachtung kann man sagen, es gibt immer Aufs und Abs, aber die Aufs, die werden ein bisschen schwächer. Und das spiegelt ja im Endeffekt genau das wieder, was wir hier gerade auch in Deutschland merken. Ich habe es ja schon häufig erzählt, auch die Immobilien um uns herum, die Gewerbeimmobilien, die stehen nach wie vor leer. Ja, wir sind in den Neubau gezogen, jetzt seit anderthalb Jahren um uns herum keine anderen Geschäftsimmobilien. Die Wohnungen allerdings über uns, die sehen recht vermietet aus. Also sehr interessante Situation. Jetzt muss man natürlich gucken, wie es weitergeht. Denn auch eine Begründung, die ich gehört habe, ist, dass die produzierenden Unternehmen sagen, dass die Auftragslage schlechter wird. Man arbeitet jetzt noch ab, was man hat. Ja, aber es kommen gerade keine neuen Aufträge ein. Und das ist für mich keine Zukunftsperspektive. Ja, wenn ich als produzierendes Unternehmen nicht ausgelastet bin für die nächsten Monate und Jahre und weiß, da kommt immer was nach, dann hätte ich ganz schön Schwierigkeiten. Und genau das ist eben das Thema. Wir verlieren an Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland. Und durch die hohen Zinsen haben die Zombie-Unternehmen extreme Probleme, sich zu refinanzieren. Und das sind all die Themen, die seit Jahren angesprochen werden, die keiner hören möchte. Die verzögern sich halt immer weiter. So ist das eben. Man kann nicht alles punktgenau voraussagen, aber die Leute wie Markus Krall und Co., auf die sollte man definitiv hören. Denn es ist nicht so, dass die den Crash wollen. Aber es ist schon so, dass die auch da hingucken, was passiert. Was läuft falsch? Und wir versuchen das hier natürlich auch bezogen auf unsere Themen. Und das ist ein klares Zeichen. Ja, auch wenn wir uns mal anschauen. Goldman Sachs spricht Warnung aus. KI-Dominanz durch Nvidia und Co. Co. könnten schon bald enden. Ich denke, wer den Chart von Nvidia vor sich liegen hat, der sieht. Ich habe es in einem Video in den letzten Tagen gesagt. Diese enorme Kraft der Bullen, die scheint aktuell draußen zu sein. Ja, es könnte ein kleines Husterchen sein. Es kann aber auch sein, dass das der Start einer großen Grippe ist mit schweren Folgen. Auch darüber habe ich schon gesprochen. Auch Dimitri Speck hat hier schon angesprochen auf dem Kanal, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass solche Sektoren, die so überhitzt sind, auch gerne mal 50, 60, 70 Prozent korrigieren können. Denn all das hat es schon gegeben. Das heißt nicht, dass das exakt so passiert. Es heißt aber, dass wir uns ganz genau anschnallen sollten. Und ich habe hier so häufig in den letzten Tagen, wo es jetzt in den Edelmetallen nach unten ging, können wir uns gleich auch anschauen vielleicht, wieso, weshalb, warum, ob das jetzt Chancen oder Risiken sind, habe ich dann gelesen, ah Mann, so hohe Opportunitätskosten bei euch, Rohstoff-Heinis, ja, ihr müsst die Tech-Bubble mitnehmen, bla 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 bla. Und ganz ehrlich, dass Nvidia sich jetzt von anderthalb Billionen Börsen fährt noch einmal auf drei Billionen nach oben bewegt, das haben viele nicht erwartet. Das gebe ich zu. Also viele aus meinem Umfeld haben das nicht erwartet. Ich würde auch sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass es nochmal so hoch geht. Dass wir aber einen Platz in der Blase sehen, dass es heiß wird, das war oder ist für mich immer noch ein Szenario, weswegen ich jetzt persönlich vielleicht weniger überlegen würde, wo ich bei Nvidia den nächsten großen Einstieg suche, weil so eine enorme Hochgewinnphase, alles ist möglich, ja, aber die sehe ich persönlich im Tech-Sektor weniger. Ich sehe das in anderen Sektoren, die noch nicht so laufen. Und da sind ja auch die Rohstoffe allen voran, ja. Jetzt hieß es ja aber, oh ja, bei Rohstoffen, da ging in den letzten Jahren nichts, wer vor vier Jahren alles gemacht hätte, worüber ihr hier sprecht, der hätte ja total daneben gelegen. Und das ist mir auch nochmal ganz kurz wichtig. Ich will mich hier nicht rechtfertigen, ja. Aber A, ihr sollt gar nicht alles machen, was ich sage. Ich möchte hier Informationen und Wissen weitergeben. Alles immer ohne Anlageempfehlung, das wisst ihr. Aber nur mal, dass wir rüber schauen. Ja, ich habe letztes Jahr, Mitte letzten Jahres, ganz speziell über Uran gesprochen. Jetzt schauen wir mal, seit Mitte letzten Jahres, ein Jahr hier das Chart in US-Dollar, immer noch fast eine Verdopplung im Uranpreis. Einige Uranfirmen, die größeren, haben sich vervier, verfünffacht, ja. Also sorry, wenn das kein Run ist, dann weiß ich auch nicht. Wir haben über Kupfer gesprochen. Alvahoe Mining als Beispiel ist mal eine große Kupfermine oder große Kupferfirma von Robert Friedland. Ja, also hier, der Börsenwert liegt bei 23 Milliarden kanadischen Dollarn. Ja, da war zwischenzeitlich auch mal was drin, von 10 auf über 20 Dollar. Insgesamt Kupferaktien vielleicht im großen Bild noch nicht so ideal gelaufen. Kupfer hatte ja auch nur einen kleinen Mini-Run. Schauen wir uns mal Lithium an. Ja, Alba Miley, einer der größten Lithium-produzierenden Unternehmen, auch mit Projekten in Australien. Ja, und Alba Miley wurde sehr stark wieder runtergeprügelt seit dem Hoch. Aber was ist denn passiert? Im Lithium-Hype, der auch 2020 da war, da ging die Firma dann auch mal saftiger, ja, nehmen wir gerne von hier Anfang 2020 von 100 auf 300 Dollar, oder in dem Fall sind das britische Fund, nach oben. Ja, jetzt ist man im Lithium-Sektor wieder, der ist extrem volatil, ist man wieder sehr stark zurückgeprügelt worden. Die Firma steht fast beim Niveau von vor fünf Jahren, obwohl man inzwischen völlig anders fundamental dasteht. Aber auch hier waren in der Zeit Gewinne zu machen. Schauen wir auf die Edelmetallfirmen. Ich nehme jetzt hier nur mal stellvertretend die Großen. Ja, Nico Igel, häufig drüber gesprochen, hat sich nur auf Jahressicht sehr stark entwickelt, speziell von Februar bis jetzt, also auch in der Edelmetall-Rallye, extrem nach oben gegangen. Ja, und das sind jetzt nur mal die großen Minen. Aya Gold und Seba, teilweise mehr als 70 Prozent möglich. Auch das eine produzierende Firma. Kinross hat sich fast verdoppelt. Westgold hat sich verdoppelt. Ja, also diese ganzen Gold produzierenden Unternehmen, die liefen gar nicht schlecht. Ja, also sorry, wenn eine Verdopplung oder teilweise 300 Prozent, wenn das schlecht ist, dann weiß ich auch nicht, was eine gute Performance sein soll. Tatsächlich zu den kleinen Firmen, wo wir auch viel hinschauen, die Explorationsfirmen, die deutlich risikoreicher sind, aber natürlich auch höheres Upside-Potenzial bringen, die sind noch nicht gelaufen. Ja, aber was passiert jetzt? Diese Goldfirmen, die verdienen bei höheren Goldpreisen mehr Geld und irgendwann werden die auch sagen, oh, dann schauen wir uns mal um, wo wir entsprechend Akquisitionen zukaufen können. Ja, wo wir sagen können, das Projekt, die Firma, das finden wir interessant, kaufen wir uns, weil noch sind die Preise ja billig. Ja, und wenn so ein M&A-Karussell startet, dann wird sich auch was ändern. Ob sich das jetzt noch mal eine Weile zieht, wie lange das dauert, ob das überhaupt kommt, das kann ich alles nicht sagen. Ja, aber für mich ist in so einem Sektor, wo noch nichts gelaufen ist, da schaue ich als Investor doch lieber hin, als in einen Sektor wie den Tech-Sektor, vor allem Nvidia, die schon massiv gelaufen ist, wo man jetzt nur versucht, die letzten Gewinne mit einzusacken, wo andere schon warnen, dass es nach unten gehen kann. Also ihr seht, Rohstoffe sind grundsätzlich ein Sektor, wo man gutes Geld verdienen kann. Das wäre auch in den letzten Jahren möglich gewesen, obwohl wir in keinem Rohstoff-Bull-Run waren. Ja, das ist noch mal wichtig. Ihr wisst, all das ist keine Anlageempfehlung, aber wer mir sagt, dass man mit Rohstoffen Opportunitätskosten hat, kein Geld verdienen kann, sorry, es ist ja möglich. Ja, also das ist ja mein Punkt, auf den ich hinaus möchte. Wie sieht es denn aktuell aus? Ja, die Silberpreise, Goldpreise wurden massiv runtergeprügelt, letzter Donnerstag im Monat, die Optionsscheine sind ausgelaufen am gestrigen Tag, dann ging es ungewöhnlich stark nach unten. Peter Kraut, Silberexperte, den wir ja auch schon im Interview hatten, hat wohl in seinem Silverstockinvestor.com Newsletter gesagt, dass es durchaus nochmal nach 28, 26 Dollar nach unten gehen könnte, dann aber auch seiner Seite ist Time to Buy. Ja, was auch immer das heißt, aber natürlich bieten Rücksetzer immer Chancen, das ist keine Anlageempfehlung, aber ihr wisst, es kann schnell nach oben gehen und auch bei den Juniorminern, da kann es schnell nach oben gehen. Und wo wir davon sprechen, lasst uns doch jetzt mal ohne Anlageberatung, auch unter Betrachtung unserer Interessenkonflikte, erstens, wir sind mit eigenem Geld in die Firmen investiert, zweitens, wir vertreten diese Firmen in Form eines Dienstleistungsvertrages in Deutschland auf ein paar Firmen aus unserer Axino Capital Universum sprechen, was sich so ergeben hat, wo es News gab. Und ihr wisst, ihr könnt euch auch immer kostenlos in unserem Newsletter registrieren. Da gibt es dann auch regelmäßig Einladungen zu Events, wo ihr die CEOs dieser Firmen persönlich treffen könnt. Starten möchte ich mit euch mit einer Firma, die weniger aus dem Bergbau kommt, aber durchaus mit Mining zu tun hat, Mining eines harten Assets, und zwar Mining von Bitcoin. Die Sprache ist von Hive Digital Technologies. Angeführt wird die Firma vom Vorstandsvorsitzenden Frank Holmes. Frank ist ein großer Fondsmanager, hat ungefähr 3 bis 4 Milliarden Dollar Asset an der Management, viele ETFs an die Börse gebracht, Mining Fondsmanager of the Year war er auch schon. Also Frank hat wirklich extreme Insights in den Edelmetall-Mining-Sektor, ist auch in viele Firmen mit seinen Fonds investiert. Und er hat sich irgendwann gedacht, Mensch, Bitcoin könnte auch ein Vehikel sein. Damals gab es noch kein Bitcoin-Spot-ETF, also hat er damals eine Bitcoin-Mining-Firma gegründet, die ihre Bitcoins großteils gehalten hat, um sozusagen als eine Art ETF da zu wirken. Und da ist Hive Digital Technologies daraus entstanden. Inzwischen hat man gemerkt, okay, wir können vielleicht mit unseren Rechenzentren nicht mehr so extrem viel Geld im Mining verdienen in der Zukunft. Aber, natürlich ist die Sparte noch immer spannend, aber man möchte jetzt auch die großen Rechenzentren, die die Firma hat, und der Axino hat davon vor zwei Jahren eins besucht, ihr seht Videomaterial im Hintergrund, möchte man diese Power leisten, um eben auch den KI-Boom mitzunehmen, um entsprechende Rechenleistungen für diese extrem rechenaufwandigen Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Nur mal so eine Idee, so eine Chat-GTP-Anfrage braucht ungefähr 16 Mal so viel Energie wie eine Google-Anfrage. Ja, das heißt, das sind also Riesendatenmengen, die verarbeitet werden müssen. Und Hive hat natürlich extrem große Server-Farmen, so ein sogenanntes High-Performance-Computer-Business, Datencenter-Business. Da möchte Hive nochmal expandieren. Ja, zunächst aber die News, es gab eine Bewertung oder eine Analyse von einem Analysehaus. Hive notiert aktuell so bei ungefähr 4 US-Dollar. Und die Analysten von Riley Financial haben von einem Kursziel von 6 Dollar gesprochen. Ja, das sind immer so Kursziele, ausgehend häufig aus der aktuellen Situation, wenig mit Spekulationen für die Zukunft und die dann auch für die Banken geeignet sind. Sowas ist entsprechend konservativ gehalten. Da wird jetzt niemand von enormen Kurssprüngen sprechen. Bei solchen Bewertungen, aber 6 Dollar von 4, das ist zumindest mal die Aussage der Analysten. Und man möchte sich eben auch expandieren, und zwar ein neues 100 Megawatt Rechenzentrum in Paraguay entsprechend bauen, expandieren. Hive enorme Kurszuwachs in den letzten Monaten bekommen. Ja, und jetzt auch sicherlich spannend für die Zukunft, für die digitale Zukunft. Ich sage nicht, dass Nvidia und Co., wenn die abstürzen, dass das Ende von KI und Digitalisierung ansteht. Ich sage nur, dass die Aktien vielleicht etwas überhyped und heiß gelaufen sind. Ja, soviel zu Hive Digital Technologies. Wir gehen jetzt aber weiter zu Defiance Silver. Das ist ein Silber-Developer, wenn man so möchte, in Mexiko. Die Firma hat bereits 1,8 Millionen Unzen Gold im Boden und auch Kupfer, ungefähr so 800 Millionen Tonnen. Zudem hat man eine historische Silber-Ressource auf einem anderen Projekt von 18 Millionen Unzen Silber. Da hat man weitere Bohrungen vorgenommen und möchte nun entsprechend diese historischen Daten zusammen mit den neuen Bohrungen in eine neue Ressourceneinschätzung einarbeiten. Ja, das Ganze ist im Zacatecas District. Das ist sozusagen der beste Mining District für Silber in Mexiko. Sehr in der Nähe ist auch eine der größten Silber-Minen, die Fresenio-Silber-Mine der Welt. Ja, die bringt mit die größten und High-Grade, also die besten Silber-Mengen sozusagen mit aus dem Boden und man hat dort drei Projekte in der Nähe. Einmal das San Asio-Projekt, wie gesagt, 18 Millionen Unzen historisch. Dann hat man zwei Projekte, die sich Lusita, Nord und South nennen, die wurden abgekauft von Pan American Silver, einer der größten Player. Ja, also da hat man auch potenzielle Assets von großen Firmen sich gesichert. Und eben, wie gesagt, 1,8 Millionen Unzen Gold und Kupfer in einem anderen Bundesstaat, in dem Tepal-Projekt. Also durchaus etwas, wo man unter den aktuellen Voraussetzungen, wenn man sagt, hey, Kupfer für die Zukunft, sehr spannend, Silber, großes Potenzial. Und Gold ohnehin hat ja schon bewiesen, dass es große Anstiege machen kann. Da ist die Firma gut positioniert, hat auch in letzter Zeit hohe Auf- und Ups bekommen. Das Management hat schon bewiesen, dass sie etwas können. Ja, und hier gibt es quasi nochmal von uns einen Zusammenfassungstext für die Story der Firma. Alle Infos natürlich immer ohne Gewehr und ohne Anlageempfehlung. Wir schauen weiter zu den Diamanten. Und zwar hat Lukaper Diamond, ja, das Diamanten-Business, das lief in den letzten Jahren, ich würde sagen, mittelmäßig. Ja, zumindest mal die Kurse von Diamanten-Produzenten sind extrem nach unten gekommen. Man hat jetzt hier sechs hochkarätige, hochkarätige, hochreine Diamanten verkaufen können und hat damit 12,5 Millionen US-Dollar eingenommen. Wenn wir mal anschauen und umrechnen, ja, 12,4, in dem Fall Millionen US-Dollar, wären ungefähr knapp unter 19 Millionen australischen Dollar. Ja, und wenn wir jetzt mal gucken, also wie gesagt, für ungefähr 19 Millionen australischen Dollar hat man die Diamanten verkauft. Lukaper Diamond aus australischer Börse ist aktuell in einem Börsenwert von 20 Millionen australischen Dollar. Natürlich ist es nicht so, dass man diesen kompletten Erlös als Gewinne hat. Natürlich ist man auch nicht alleiniger Eigner dieses Projektes. Das heißt, man hat auch nur einen Teil dieser Gewinne erzielt. Aber ihr seht mal, was die für Diamanten aus dem Boden holen, wie viel die wert sind und welchen Wert man der gesamten Firma zuschreibt. Und das ist eigentlich eine sinnbildliche Situation für viele Sachen im Mining-Sektor, dass man sagt, hey, da passt doch so viel nicht zusammen. Auf der anderen Seite haben wir das große Sinnbild mit den Tech-Firmen, wo man sich auch sagt, so eine Bewertung für den Umsatz und den Gewinn, da passt auch vieles nicht zusammen. Also die Diskrepanzen sind enorm und das meinte ich schon zu Beginn des Videos. Inflation, Zinsen, Geopolitik, all das sind Themen und wer hier nicht merkt, dass es an der Börse irgendwie brodelt, dass irgendwas komisches ist und dass es viele Neubewertungen geben könnte, ja, da finde ich verschließt man die Augen. Das sollte man nicht tun. Wir blicken noch mal weiter zu den News. ADX Energy, wir waren vor Ort Anfang des Jahres, haben miterlebt und euch hier berichtet, dass man in Österreich einen großen Gasfund gemacht hat. Man konnte jetzt das Jahr über aufgrund von Umweltauflagen nicht weiter bohren. Man möchte aber auf dem Welchau-Projekt, ihr seht Aufnahmen im Hintergrund, ab September weiterarbeiten, auch auf dem Anzuhl-Projekt. Ja, das ist Riesenpotenzial. Man hat als Firma schon Cashflow durch bestehende Produktion von Öl und Gas und hat nun eben die Möglichkeit, a, auf dem Anzuhl-Projekt die Produktion zu erweitern, ja, damit die Einnahmen natürlich zu erhöhen in der Ölproduktion und auf der anderen Seite das Milliarden, mögliche Milliarden Gasprojekt weiter zu untersuchen, die extrem guten Bohrergebnisse von letztem Jahr weiter zu untersuchen, weiter zu bestätigen und vielleicht auch die Wirtschaftlichkeit des Projektes entsprechend nach vorne zu bringen. Es gab auch einen Analysten-Research-Report, den seht ihr hier gerade kurz eingeblendet. Da sprechen die Analysten von Orctus Advisors jetzt mit Hinsicht auf den nächsten Wochen, auf die möglichen Entwicklungen von einem möglichen Kursziel von 0,75 australischem Dollar. Aktuell steht man ungefähr bei 0,10, also dementsprechend eine hohe Potenzial, was diese Firma mit sich bringt. Das Risiko ist hier vielleicht etwas anders als bei den anderen Explorationsfirmen, denn man produziert ja bereits, man hat also Cashflow. Das ist also eine andere Situation und man möchte jetzt sein Portfolio durch diese Bohrungen nochmals vergrößern und ich glaube, wir dürfen sehr gespannt sein. Der Kurs von ADX Energy ist ja schon nach der ersten Bekanntgabe massiv angestiegen. Die Märkte haben direkt wieder, vor allem auch in Australien, wie uns damals der CEO oder das Management in einem Interview verraten hat, vor allem in Australien, da haben die Leute mal einen Erfolg gehabt, haben direkt abverkauft, jetzt ist der Kurs wieder von vor der Riesenentdeckung. Also ich denke, wir dürfen gespannt sein, wie es hier weitergeht. Ihr wisst, es ist keine Anlageempfehlung, aber nur für euch zur Info. Wir schauen noch mal weiter zu First Graphene. Ich habe hier ein bisschen Graphenpulver bei mir stehen. Das ist quasi, viele vergleichen Graphene heute noch mit der Entdeckung von Plastik. Es ist ein extrem starkes Mittel, es ist härter als Stahl, es ist leitfähiger als Kupfer. Also das ist ein extremes Wunderwerkstoff, wie es manche Leute bezeichnen. Noch ist es nicht in der großen Industrie angekommen, aber man versucht vor allem in der Beton- und Zementindustrie Fuß zu fassen. Jetzt gibt es neue News und zwar soll Pure Graph, so heißt das Produkt hier, ihr seht das Pure Graph, das ist jetzt die Pulverversion, die mir zugeschickt wurde, soll die Wasserstoffwirtschaft weiter voranbringen. Da ist man Teil eines Forschungsprojektes geworden. Dort in diesem Projekt werden knapp 4 Millionen australische Dollar investiert und First Graphene soll eben eine Schlüsselrolle einnehmen in diesem Forschungsprojekt und demnach auch Graphene beisteuern. Alle weiteren Informationen findet ihr in dem Artikel. Also Graphene nach wie vor sehr, sehr spannend, aber natürlich so ein neuer Werkstoff muss sich erstmal beweisen, muss den Markt durchdringen und dann kann es vielleicht mal ganz schnell gehen, aber ob das alles gelingt, das sind Startups hier. Da muss man eben gucken, nie Vollgas, Vollall-In in eine Firma gehen. Deswegen einfach das eigene Risikoprofil angucken, sich informieren über die Firmen und dann abwägen, ob man sich sowas anschauen möchte. Anschauen kann man sich auch Aguia Resources, eine neue Firma auf dem Kanal, ich stelle sie in der kommenden Woche nochmal ausführlicher vor, soll noch in diesem Jahr ersten Cashflow generieren mit einem Goldprojekt in Kolumbien. Ja, kleine Produktionsanlage, Pilotanlage, mit der man wohl im Jahr, so sagte es uns die Firma, 10.000 bis 12.000 Unzen zu je 400 US-Dollar, ganz grob gerechnet, sagte man uns, Po Unzelgold fördern könnte. Ja, das sind alles Informationen, die Warwick Grigger, ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann aus Australien, in Interviews bekannt gegeben hat. Ich verlinke euch hier mal ein Interview, woraus diese Informationen stammen. Und wenn man da dann Geldeinnahmen hat, überlegt man sein Phosphatprojekt in Brasilien, dann ebenfalls nächstes Jahr schon in Produktion zu bringen. Also zwei Projekte kurz vor der Produktion gerne mal anschauen, ob das etwas für euch ist, weitere Infos dazu folgen. Ansonsten überfliegt doch gerne mal, was euch bei axinocapital.de slash Aktien so interessiert. Schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr zu Firmen Fragen habt. Wie immer, das ist keine Anlageempfehlung. Bitte beachtet unsere Interessenskonflikte. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, schreibt es uns doch sehr gerne, gebt uns einen Daumen nach oben und dann freue ich mich, wenn ihr jetzt ein schönes Wochenende habt und nächste Woche wieder einschaltet.